ja servus leute herzlich willkommen zu den preking elektro news der einzig wirklich seriösen informationsgelle rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube und heute mit folgenden themen führungswechsel bei unity tesla baut stellen ab laurin hahn ist wieder da the community corner und der schnitzer der woche die nachrichten ich gehe mal davon aus dass wirklich jeder ausnahmslos jeder von euch mitbekommen hat dass tesla vor hat rund zehn prozent der stellen weltweit abzubauen das betrifft dann leider gottes auch das werk in grün heite und natürlich hat diese ankündigung für schlagzeilen gesorgt elektro news.net stellt dann auch berechtigterweise die frage stehen 3000 stellen bei tesla in grün heite auf der kippe insgesamt will tesla wohl so rund 14.000 stellen streichen im werk in grün heite sollen bis zu 3000 der derzeit 12.500 stellen wegfallen brandenburgs wittscherzminister jörg steinbach allerdings rechnet laut t3n mit einem deutlich geringeren stellenabbau da heißt es auf holzklopfen die fdp fordert den ministerpräsidenten auf das persönliche gespräch mit tesla chef ilon musk zu suchen demnach sei ministerpräsident woidke nun verpflichtet den nächsten flieger nach los angeles zu nehmen um mit ilon musk über die rettung von arbeitsplätzen in brandenburg zu sprechen alle anderen termine und verpflichtungen müssen jetzt hinten anstehen ich würde solch eine aussage zunächst erstmal in die schublade populismus packen genauso wie die idee der linken denn glaubt man der berliner morgenpost hat die linke eine besonders gute idee linke über staatlichen einstieg bei tesla nachdenken morgenpost.de führt dazu weiter aus die linke im brandenburgischen landtag schlägt die prüfung einer staatlichen beteiligung an tesla vor beziehungsweise am tesla autowerk in grün heide kann man natürlich nicht auseinander dividieren das ganze links fraktionschef sebastian walter will dem land damit einfluss auf entscheidungen bei tesla verschaffen und verwies auf die seit jahrzehnten bestehende beteiligung des landes niedersachsens an vw ich habe mal recherchiert das land niedersachsen hatte ende 2023 laut google suche 12 prozent anteile an volkswagen laut on vista.de weiß tesla im moment eine marktkapitalisierung von 484 milliarden euro auf wenn ich richtig rechne würden das rund 58 milliarden euro entsprechen um einen ähnlichen anteil an tesla zu erwerben wie es das land niedersachsen an vw momentan hat natürlich kommt es immer auch darauf an bei einer aktionärsversammlung wie viele aktionäre sind tatsächlich da wie viele stimmpakete wurden zusammengeschnürt um dann auch einfluss über eine aktionärsversammlung nehmen zu können oder auch einen vertreter in den aufsichtsrat zu entsenden bei vw reden wir dann auch noch von speziellen gesetzlichen vorgaben da schreibt zum beispiel tagesschau.de dazu was ist das vw gesetz die alliierten legten 1949 die grundlage im juli 1960 trat das vw gesetz in kraft als die vw gmbh zur aktiengesellschaft wurde der bund und niedersachsen behielten jeweils 20 prozent und sicherten sich diverse vorrechte was den einfluss der politik auf das unternehmen zementiert also den vorschlag der linken den will ich gar nicht weiter kommentieren den packe ich nicht nur in die schublade populismus sondern in die schublade blanker blödsinn absoluter unsinn wie kann man nur sowas verzapfen tesla hat übrigens auch einen kommentar zum geplanten stellenabbau abgegeben und mir erscheint diese aussage tatsächlich glaubwürdig und plausibel in den vergangenen jahren sind wir schnell gewachsen und haben weltweit mehrere fabriken ausgebaut oder aufgebaut bei diesem schnellen wachstum kam es zu doppelbesetzungen bei bestimmten rollen und funktionen um das unternehmen auf die nächste wachstumsphase vorzubereiten ist es entscheidend jeden aspekt des unternehmens zu prüfen schrieb mask und der mask ist ja dafür bekannt dass er auch durchaus mal mit der sense durch die belegschaft geht wir denken dabei an x oder an twitter ich glaube die haben 75 prozent der belegschaft da entlassen der analysiert also natürlich mit entsprechenden mitarbeiter und führungskräften wie die personelle situation in so einem unternehmen ist und wenn er denkt sie haben einen overhead dann machen sie auch tabula rasa und gehen das ganze an und das vermutlich auch mit einer gewissen härte und kälte also ich möchte da jetzt nicht in den schuhen der mitarbeiter von tesla stecken dennoch stelle ich mir die frage warum gerade dieser stellenabbau bei tesla jetzt wieder gefühlt zumindest für mehr schlagzeilen sorgt als wenn ein anderes unternehmen so etwas bekannt gibt also bei porsche zum beispiel wurden jetzt zeitarbeitskräfte soweit ich weiß freigesetzt kapazitäten werden abgebaut bei vw auch klar das ist eine schlagzeile wert keine frage aber dass ich dann irgendwelche linken politiker oder fdp politiker äußern und sagen jetzt muss aber der entsprechende ministerpräsident zu dem ceo allen um ihn davon zu überzeugen ja von diesen sparmaßnahmen abstand zu nehmen das kenne ich da jetzt in der form in der größenordnung wenn man wirklich von 3000 stellen sprechen eher nicht systemrelevanz kann man hier nach meiner einschätzung jetzt erst mal nicht feststellen ihr werdet mir eure meinung dazu sicherlich in die kommentare schreiben ob ich da irgendwo den denkfehler habe aber ich halte das für einen traurigen aber dennoch nicht ungewöhnlichen vorgang dass ein unternehmen sagt wir haben im moment zu viel personal wir sind zu schnell gewachsen wir haben nicht alle unsere bereiche controlling technisch im griff gehabt und jetzt müssen wir das ganze anpassen weil unsere rentabilität darunter leidet also in meinen augen in der wirtschaften ganz normaler vorgang und in dem fall muss man das dann halt einfach hinnehmen und wenn ich sehe wie viel stimmung auch aktuell noch in grünheide rund um das tesla werk auch bei geplanten ausbauen gemacht wird dann hat man natürlich auch schlechte karten bei tesla zu sagen wir wollen euch unbedingt hier haben lasst doch bitte die arbeitsplätze hier vielleicht sollte man als linke als fdp oder auch als ministerpräsident lieber die verfolgung von linksextremen gruppen mal ein bisschen ernsthafter in die hand nehmen die da strommasten anzünden und damit das tesla werk über tage oder waren sogar wochen mindestens eine woche war es glaube ich von der stromversorgung abschneiden und damit für millionenschäden dort sorgen das wäre mal ein ansatzpunkt wo man auch plus punkte bei hen musk sammeln könnte wenn man diese terroristen dingfest macht und entsprechend hart bestraft das ist zumindest meine meinung mich interessiert eure meinung schreibt das mal zu diesem kontroversen thema und zu meiner kontroversen meinung und das video bitte die nachfolgende meldung hat mich doch ein wenig überrascht und zwar betrifft sie ionity denn dort hat man jetzt einen neuen manager eingestellt und zwar schreibt elektrif.net tesla manager von tilburg wird ceo von ionity herr tilburg wird zum 13 mai 2024 neuer ceo des schneller der joint ventures der deutschen automobilindustrie unter anderem erfolgt auf michael hayes der das unternehmen verlässt mit hen tilburg übernimmt ein erfahrener experte die führung bei ionity und das kann man wirklich so sagen ich denke da hat man einen wirklich kompetenten mann an die spitze geholt in seiner bisherigen rolle als head of charging von tesla in der region europa mittlerer osten und afrika verantwortete van tilburg erfolgreich das wachstum die entwicklung und transformation des supercharger netzes wohlgemerkt in europa mittlerer osten und afrika also wenn der net weiß wovon man in sagen ladeinfrastruktur spricht dann weiß ich nicht wer es wissen soll es wird dann auch ein stellvertreter für die shareholder bei ionity zitiert herr van tilburg hat in beeindruckender weise ladenetzwerke auf und ausgebaut zudem ist er ein experte für den europäischen lademarkt und hat ein tiefes verständnis für die chancen und herausforderungen den ionity auf seinem weiteren wachstumspfad begegnen wird wir freuen uns zusammen mit herrn tilburg den vornamen meide ich mal lieber das unternehmen weiter auszubauen und die digitalisierung des produktangebots weiter voranzutreiben wenn da von digitalisierung gesprochen wird dann hoffe ich man spricht von einem karten terminal und dem problemlosen preiswerten bezahlen des ladevorgangs per kreditkarte oder chirokarte was jetzt genau der hintergrund für diesen führungswechsel ist ist mir nicht bekannt allerdings betont elektrif.net dass ionity herrn hayes also den vorgänger bezüglich seiner verdienste lobt ob das dann immer ein ganz ernst gemeintes lob ist oder nicht das vermögen nur die verantwortlichen für dieses lob zu beurteilen er hat ionity durch verschiedene wichtige phasen geführt schreibt elektrif.net und ist zu einem der größten unabhängigen high power charging ladenetzwerke in europa entwickelt das ist also das zitat von ionity und das schließt dann mit wir wünschen michael hayes viel erfolg für seine künftigen unternehmungen es waren ja gerüchte im umlauf dass die shareholder also die autohersteller nicht zu 100 prozent mit der arbeit von ionity zufrieden waren ob das wirklich so ist oder ob es nicht so ist ich kann es nicht beurteilen dieser personalwechsel an der spitze von ionity deutet aber darauf hin zumindest an meiner einschätzung dass da was dran gewesen sein könnte und mit herrn tilburg hat man einen mann gewinnen können der für eine riesige region verantwortlich war bezüglich des ausbaus des supercharger netzes ich habe den namen vorher noch nie gehört für mich ist das wirklich eine eine neue erkenntnis aber wir sind uns sicherlich alle einig darüber dass das supercharger netz europaweit hervorragend funktioniert es sei denn man muss als fremdlader per app in frankreich freischalten das macht keinen spaß aber ansonsten denke ich ist das eine top personalie eine hervorragende der entscheidung natürlich nicht zu viel vorschuss lorbeeren erstmal abwarten wie es weitergeht mit ionity aber ich denke das könnte vielleicht die hoffnung stirbt zuletzt positive impulse für ladetarife weiteren ausbau von ionity standorten und so weiter setzen eine gesunde skepsis bleibt natürlich angebracht man muss es abwarten ich persönlich bin ja dann eher auf der pessimistischen das glas ist halb leer seite was die nächste nachricht betrifft bin ich eher auf der das glas ist furzt trocken seite und zwar hat mich heute folgende mail erreicht den namen habe ich mal unkenntlich gemacht der zuschauer schreibt weißt du vielleicht wie es mit der sion insolvenz weitergeht ich bin leider einer der unglücklichen gläubiger die auf rückzahlungen warten habe seit vielen monaten überhaupt keine infos auch nicht von den vertreter kanzleien mit freundlichen grüßen ich habe darauf folgendes geantwortet hallo aktuelle infos habe ich nicht ich würde dir gerne hoffnungen machen aber ich persönlich gehe davon aus dass die anzahler ihr geld abschreiben müssen es tut mir sehr leid für alle die an dieses start up ihr geld verlieren aber es ist einfach nichts da was man verwerten könnte das ist aber nur meine aktuelle meinung jeder kann sich ihren bei sonomotors habe ich aber schon seit jahren keinerlei hoffnung mehr für mich haben da unseriöse menschen ihre finger im spiel und haben auf kosten einfacher leute fett kohle gemacht tut mir leid viele grüße michael wir halten also fest nach meiner persönlichen meinung es ist wie gesagt nur eine meinung haben ganz viele normale privat leute einfache leute die hier einem jungen vermeintlich sympathischen start up unter die arme greifen wollten für ein vermeintlich innovatives produkt in haufen geld in sand gesetzt natürlich die ganze causa ist noch nicht abgeschlossen man muss sicherlich bis ende 2024 warten wie es da weitergeht wenn ich aber sonomotors oder seo und vorbesteller wäre ich würde das geld komplett abschreiben und wenn es dann auch drei vier fünf sechs oder sieben prozent ausschüttungsquote gibt umso besser allein mir fehlt der glaube aber ich habe auch gute nachrichten für alle die sich um die macher hinter sonomotors sorgen machen ich denke da muss man sich nicht wirklich sorgen da hat mich nämlich folgende mail erreicht erhabener mogwil margenbotschafter und verbreiter der batterie elektrischen nachrichten lieber michi so lala anrede es gibt wohl keine grenzen der erfolgreiche da habe ich ein bisschen was raus genommen g punkt 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 und ex ceo von sonomotors laurin hahn ist dabei sich ein neues geschäftsfeld zu erschließen der text im artikel ist vielversprechend und verweist auf die bereits großen erfahrungen von l.hahn da habe ich dann hier was rausgekürzt in der folge wird von einem multimobilitätsabo gesprochen dass nur 899 euro pro monat kosten soll ein schelm dem böses angesichts solcher vielversprechende angebote schwarnt und so weiter und so fort nur um dich auf dem laufenden zu halten liebe grüße g punkt vielen dank für die info an dieser stelle möchte ich auch noch mal an die meldung von elektroauto news punkt net vom 20 märz 2024 erinnern dort titelt man staatsanwaltschaft ermittelt gegen sonomotors gründer den entsprechenden artikel habe ich natürlich auch unten verlinkt schaut euch das auf jeden fall noch mal im detail an ist sehr interessant wie ich finde jetzt kommen wir aber zu diesem multi 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 irgendwas mobilitäts angebot elektroauto news punkt net titelt all right neue mobilitätslösung vom ex sonos ceo demnach gründen laurin hahn der ist ja bekannt john david von örtzen ex ceo von mobimeo sowie der move well group und julia blessing co-founder von tier mobility zusammen all right das wurde zumindest im podcast von deutsche start-ups exklusiv verkündet wie die beiden hostes podcast wenn schmidt und alexander hüsing ausführen haben sich die drei unternehmer mit erfahrung im mobilitätsumfeld zusammengeschlossen um gemeinsam aktiv zu werden seit februar 2024 arbeiten hahn von örtzen und blessing im steels mode also im tarn mode an all right ich verstehe jetzt wieder nur bahnhof bezüglich all right denn es wird wieder in einer sprache gesprochen sowie auch schon bei so einem motors die ein alter mann wie ich nicht mehr verstehen kann die gründer planen einen sogenannten metadienst zu etablieren der dienste verschiedene anbieter bündelt dieser ansatz könnte durch skaleneffekte das sagt mir wieder was aber im zusammenhang mit den metadiensten ist mir das nicht klar verhandlungsmacht gegenüber anbietern stärken und somit preisverteile für die nutzer schaffen trotz der hohen kompetenz des teams sind herausforderungen zu erwarten insbesondere in bezug auf die kostenstruktur und die akzeptanz bei großen etablierten anbietern wie der deutschen bahn oder uber also wenn ich alles richtig verstehe setzt dieser metadienst auf bereits bestehenden angeboten und apps von großen anbietern wie deutsche bahn und uber auf und will dann einfach ausgedrückt durch ein zusammenphasen dienster dienste daran noch mal mitverdienen aber es wird natürlich günstiger weil man eine große marktmacht ausüben kann ja nee ist klar elektroauto news punkt net führt dann auch noch zu dem eigentlichen podcast aus bei podcast host schmidt hier mit dt das bin ich ja klar noch mal sagen bleibt skepsis ob die neue lösung wirklich einen mehrwert gegenüber bestehenden angeboten wie dem deutschland ticket bieten kann das bereits für 49 euro monatlich umfassende bahnreisen ermöglicht auch die strategische frage ob große anbieter einen weiteren zwischen leo zwischen sich und den kunden zulassen bleibt offen ich teile diese skepsis eins der angebote die dann über diese metadienste angeboten werden wurde wohl schon vorgestellt ein vorgestelltes angebot beinhaltet unter anderem ein monatliches abonnement für 899 euro das umfangreiche nutzungsoptionen bieten soll 899 x 12 sind wir bei über 10.000 euro im jahr um es ganz klar zu sagen wirklich jeder kann mit einer unternehmensgründung scheidern es kommt immer darauf an wie man das unternehmen finanziert hat und wie man auch mit einem absehbaren scheidern umgeht und das sind ja die hauptgründe warum ich sonomotors so kritisiert habe in den letzten jahren punkt a geld einsammeln bei normalen kunden für ein produkt was es gar nicht gibt das ist zumindest meine sicht darauf punkt b nicht aufklären über die risiken die damit im zusammenhang stehen und punkt c ein todes pferd so lange reiten bis davon nicht mal mehr das skelett übrig ist also einen noch größeren schaden bei den anzahlern des sion anzurichten als vielleicht unbedingt nötig gewesen wäre wenn man rechtzeitig die notbremse gezogen hätte das werfe ich auch herrn hahn vor und allein diese einschätzung bezüglich der causa sonomotors bringt mich auch in dem fall von all right zu dem ergebnis dass ich da zu 1000 prozent die finger davon lassen würde denn natürlich sind handelnde personen auch immer ein wichtiger faktor wie seriös ist so eine unternehmensgründung ist so ein start-up wirklich was was man auch vielleicht als interessierter investor ins auge fasst das wollte ich nur als kurzes update zu sonomotors geben die gründer scheinen sich also neuen aufgaben zuzuwenden haben sie aus eurer sicht genug getan um den schaden bei sonomotors klein zu halten für die sion vorbesteller schreibt mir das doch bitte noch mal unters video wie mein urteil dazu ausfällt ich denke das dürfte jedem klar sein dann kommen wir jetzt zuerst mit der community corner diesen bisschen lang geworden deshalb muss ich da etwas kürzen ehrenwerter news verkünder der elektromobilität hallo michael richtige anrede schreibt ob benno nun ist mein nächstes e-auto update fällig nachdem unser vw id4 mit anhängerkupplung bei 1,1 tonnen anhänger last für uns auch im wohnwagenbetrieb stets gute dienste verrichtet hat haben wir ihn trotzdem nach zwölf monaten an unser autohaus zum günstigen preis zurückgegeben darüber hinaus fahren sie seit 2020 einen id3 und sind damit sehr zufrieden nun haben wir uns als zweiten wagen neben dem id3 für das schwestermodell cupra born entschieden hier waren für uns entscheidend neben dem schöneren äußeren und inneren design auch die hohen rabatte von seat und einen zusätzlichen nachlass vom autohaus da stellt sich jetzt noch die frage wie es mit dem umweltbonus gelaufen die haben das voll ausgestattete auto im november 23 bestellt im januar 24 hat seat zusätzlich den gestrichenen barveranteil von 3000 euro für 2024 garantiert nach nur drei monaten warte zeit konnte der cupra vom autohaus uns übergeben werden also an der stelle mit dem blauen auge davon gekommen die umweltpremie eingesackt mittlerweile haben sie auch eine anhängerkupplung eingebaut das ist ein wichtiger faktor nun können wir unsere wohnwagen touren früher und herbst ab sofort mit dem bohren bestreiten macht viel freude michael danke und so weiter mach weiter so mache ich auf jeden fall beste grüße benno dann schauen wir uns das mal an der benno war schon mal in den breaking elektro news zu sehen hier haben wir also den cupra born mit einem relativ kleinen anhänger das wird aber noch größer wie hier sehen könnt cupra born mit dem wohnwagen cupra born auf jeden fall der schönere id3 in meinen augen ist letzten endes geschmackssache farbe gefällt mir auch gut hier haben wir dann die beiden aktuellen fahrzeuge im bestand links der id3 seit 2020 rechts der cupra born seit 2024 und hier dann auch noch mal ein foto von allen geöffneten klappen erstaunlicherweise auch bei einem fahrzeug aus dem vw konzern lässt sich scheinbar alles problemlos öffnen das finde ich gut daumen hoch dafür und hier sehen wir auch noch mal den benno soweit ich mich erinnere auf dem letzten foto was er geschickt hat vor einigen jahren da hatte er ein ben merch t shirt an jetzt ein cupra merch t shirt also an der stelle geht es ein bisschen abwärts mit dem breaking elektro news muss ich an der stelle sagen trotzdem gratuliere ich euch natürlich zu dem tollen neuzugang zu dem cupra born und wünsche euch immer allzeit knitterfreie fahrt mit dem cupra born den id3 und natürlich euren anhängern inklusive wohnwagen die nächste mail die skeptiker und euch werden es nicht glauben die kommt von einer dame der verena seht ihr euch aber auch weibliche zuschauer und die verena schreibt hallo michael ritter der wilzer und bezwinger des bieber oder was andersrum so la la anrede aufgrund deines aufrufes in der letzten band ist schon ein bisschen her möchte ich auch mal meinen kleinen blauen flitzer vorstellen habe ihn nach einem dreiviertel jahr wartezeit endlich im jahr 2023 erhalten und bin mit dem kleinen peugeot 208 e sehr zufrieden bis auf ein paar kleinigkeiten passt alles wunderbar auch langstrecke von kent nach wien oder salzburg wurde schon erfolgreich absolviert damit auch bewiesen wird das ist noch andere e-autos außer weisen model y und für sich nicht vor gibt schicke ich ein paar fotos mit wegen schlechten wetters habe ich darauf verzichtet alle türen und klappen zu öffnen sonst wäre ich nach hause geschwommen ja ja wer es glaubt aber ich kann garantieren dass ich nicht durchs fenster einsteigen muss die bilder sind nicht mehr ganz frisch entstanden beim gerade superchargen vom letzten jahr aber die nehme ich trotzdem dafür ein großes dank und so weiter dann schreibt sie noch mit dem e mail kannst du offiziell deine frauen und österreich quote unter deinen zuschauern wieder um eine anheben ja das sind ja sicherlich bei 70 80 prozent frauenanteil verena von daher wäre das gar nicht nötig gewesen liebe grüße verena und dann schauen wir uns ihr blaue schätzchen mal an kann muss thema ich mal ein bisschen kleiner als ist auf jeden fall bei tesla der püschot kann auch auf der richtigen seite laden um an superchargen keine unnötigen ladeplätze zu belegen und er ist natürlich auch sehr schick hier haben wir dann noch mal ein foto von vorne ich muss ehrlich zugeben ich habe meinen bruder der eventuell auch bald ein neues auto braucht zu einem gebrauchten püschot e 208 oder opel corsa e geraden denn ich denke für sein anforderungsprofil sind das die richtigen autos es ist ein tolles auto sie sind nicht als besonders effizient verschrien das muss man auch ehrlich sagen die ladeleistung ist okay finde ich für so ein kleines fahrzeug es macht sicherlich viel spaß damit unterwegs zu sein und schicke sie auf jeden fall auch in der blauen farbe und deshalb daumen hoch liebe verena vielen dank für deine mail unterstützen meiner frauenquote und ich wünsche dir mit deinem blauen flitzer allzeit knitterfreie fahrt eigentlich hatte ich mir als schnitzer der woche diese schlagzeile von bild.de ausgesucht denn dort titelmann e-auto fackelte unser haus ab es war aber ein hybrid das war also wieder reines anti-elektroauto bashing viel neutraler und sachlicher berichtet hat die esslinger-zeitung.de beide links findet ihr unten in der video beschreibung lest euch wenn dann nur den bericht der esslinger-zeitung.de durch denn da wird noch journalismus betrieben und nicht sensationsmache letzten endes habe ich mich dann aber für diesen schnitzer der woche entschieden der nazar schreibt vielleicht wäre das etwas für den fehl der woche es handelt sich um eine ehemalige kreisstadt eine säule mit 40 kw und es wäre auch die einzige in der region viele grüße nasa wovon spricht er denn da der harzkurier.de berichtet e-autofahrer aufgepasst osterrote bekommt eine neue ladesäule juchu diese ladesäule soll noch in dieser woche freigeschaltet werden sie befindet sich am parkplatz hinter dem verkehrskreisel an der dörrgestraße und ist eine ladesäule des energieversorgers harz energie unternehmenssprecher jan mohr sagt dazu sie hat zwei ladepunkte mit einer ladeleistung von je bis zu 40 kw ein auto ist somit in ca 50 minuten wieder auf 80 prozent aufgeladen das mag für manche auto stimmen aber der akku sollte nicht besonders groß sein für ein opel korsair könnte das passen für die reno soe aber wenn es dann schon um größere e-autos geht ist das wohl ein bisschen optimistisch von dem herrn mohr und ich finde es auch echt erschreckend dass so eine ladesäule im jahr 2024 in einer großen ortschaft wie osterrote installiert wird vor allen dingen wenn es wirklich die einzige in der region ist wie der nasa schreibt den artikel hat harz kurier auch auf facebook geteilt wir schauen mal wieso die reaktionen waren hier bemängelt einer dass keine typ 2 anschlüsse vorhanden sind ein weiterer schreibt man möchte halt die touristen die hier zu tausenden täglich kommen lange in der stadt halten zu einem unvergesslichen shopping erlebnis ist das diese berühmte osterrote um berge voraus von dem immer die rede ist schreibt ein anderer eine veraltete ladesäule während woanders drei oder mehr mit zeitgemäßer ladetechnik installiert werden und vom ausstellen bis in betriebnahme dauert es auch nur ein paar wochen angesichts dieses nichts gebacken kriegen das auch noch ewig dauert wirkt dieser wahlspruch wie ein hohen vielleicht mal in ndh umschauen was da abgeht 40 kw ist lächerlich sogar in bad saksa gibt es schnellere oder torfaust dreimal 160 kw ich glaube heißt es nur 1000 es wird für nur 1000 wahrscheinlich stehen also ihr seht die reaktion auf die ladesäule sind eher gemischt ich muss ehrlich zugeben im jahr 2024 hätte ich mir da auch etwas anderes erwartet vielleicht gibt es gründe dafür dass man so ein schnarchlader da hinstellt aber wenn die aussage vom nazar wirklich korrekt ist dass das der einzige schneller in der ganzen region ist dann ist das für mich auf jeden fall ja und an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei euch bedanken für eure zuschriften für eure hilfe für die informationen rund um die elektromobilität vielen dank dafür ohne euch würden die breaking elektron news nicht möglich sein deshalb schreibt mir weiter mails vielen dank und ansonsten war es das für die heutige benn ausgabe wenn ihr frei habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst daumen hoch da und abo ist wohl obligatorisch sonst verpasst ihr das nächste video oh